Hallo, liebe Kinder. Ich heiße... Ach, mein Name tut nichts zur Sache. Ich bin der Erzähler. Und zwar von der kleinen Schneeeule Ilsa. Die kennst du noch nicht? Na, dann wird es aber höchste Eisenbahn. Denn Ilsa Eule hat wirklich tolle Geschichten zu erzählen. Ich helfe ihr ein wenig dabei und hoffe, dass sie euch genauso gut gefallen wie mir. Es macht mir wirklich viel Spaß, Ilsas Abenteuer zu erzählen. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören und immer eine gute Portion Zauber und Magie.